Willkommen Bürger und Scharlatane zu Let's Play S-Combat 2. Wir sind auf der vielleicht letzten Mission, wer weiß, ich verrate nichts. Die nennt sich Last Resort. Wir sollen ein gegnerisches U-Bot verfolgen. Was ein Thema, das Spiel des Spieles ist. Wir müssen sie. Oh! Machen wir, wir blasen ihn aus dem Wasserhaus. Hat er sie einfach davon geschlichen? Nur ein Ziel? Okay, wir sollen verstören. Komm, fliegen wir los. Das letzte Mittel, oder die letzte Flucht. Wo sind wir jetzt? Krippi Musik, krippi Musik. Da ist den jetzt schwer gepanzert. Oh! Wurde wir endlich. Aber nicht drüben mit abtauchen. Das ist wohl so flach, das Wasser. Oh! Da ist irgendwas gestartet! Das ist einem Kussmüssel gestartet worden, wir müssen sofort hinterher, wir müssen sie aus dem Himmel hauen, und dann kriegen sie nur mit dem Maschinengewehr, und wir stürzen ab, oh Gott nein, warum? Mal gucken, was passiert. Oh oh, wir fliegt sie, werden nicht etwa ihre eigene Hauptfahrt wegsprengen. Oh Gott, nein, nein! Diese Schweine! Nur weil wir nicht fliegen konnten. Die Hälfte. Das war das nicht gute Ende. Na dann, liebe Leute, ich setze einen Cut, und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir wieder, und diesmal werden wir es richtig machen. Diesmal werden wir es richtig machen. Nicht unsere Hälfte und unsere Personenstreitkräfte verlieren, das wäre widerlich. Sehr gut. So, die Fußmüssel, also das Witzspiel interessant, bringt uns das ein paar interessante Missionen, wenn man das erste Mal durchspielt, kennt man, weiß man das gar nicht, das ist das Witzige. Und, und da ist man irgendwie überrascht, dass die Spiel dann auch so vor der Ende ist. Oder was, ne? Die muss das Glas geben. Gut, und das Ding, die Fußmüssel, kann man jetzt aus welchem Grund auch immer, wenn man die Maschinengewehr abschieben. So, nochmal hin. So, nochmal hin. Hier liegt die größtenteils in geraden. Hier. So, in diesem Teil. Das war's. Oh, da vorne ist schon die Küste. Nein, das Ding flieh schnell. Sieg! Guck mal, war das der Generalmajor? Dann werden wir ja General. Oh, wir sind General. Ja! Drei Sterne. Dann haben wir Fighters Honor. Fighters Honor, kann ich jetzt nur verraten, in North Point ist die finale Mission dieses Spiels. Aber die geben wir uns für einen anderen Tag auf und die genießen wir. Na dann, lieber Bürger Scharlatane, wir sehen und hören uns. Bye Bye.